halli hallo liebe leute ich bin der komisch 1 2 und sox let's play und crazy talk videos ja heute geht es wieder weiter mit the forest ja machen natürlich wieder weiter wo wir aufgehört hatten und die frage ist was wollten wir das letzte mal machen das letzte mal war ja glaube ich vor zwei drei tagen oder so ist es aufgenommen hatte jetzt mal freitag ich glaube aber war das freitag donnerstag oder freitag war jetzt nicht mehr so genau vor allem weil ich habe jetzt im moment momentan öfter auch mal mehr ein bisschen mehr privat auch der vor ist jetzt mal gezockt bestimmt mal an die zehn stunden oder so hoch krass und ja ich habe mir gedacht hey spielst du einfach mal tvs privat und macht wir noch eigentlich genug genug davon genug davon aber man kann es ja trotzdem mal voll machen komischerweise rennen bei mir hast noch um keine ahnung warum hier bei mir auf einmal hast noch ich dachte hier in keine hasen rum aber scheinbar schon wundert mich irgendwie das jetzt auf einmal hier das haben wir da brombeeren die brombeeren haben wir dann schon okay recht viele hecken kirsche wäre aber auch gut recht dunkel ich glaube wir tun gehen erst mal schlafen damit wir ein bisschen mehr machen können ich glaube ich wollte eigentlich letzte folge auch schlafen ja okay immer schlafen bevor ich so schon hell wird so jetzt muss man nachschauen was wollten wir noch mal genau machen stück wir wollten diese brücke hier ja wir wollten diese brücke hier bauen damit wir weiter vorankommen ich möchte aber wahrscheinlich sogar noch ein weg irgendwie machen also zum beispiel ein weg also zum beispiel hat ein weg der zum beispiel von hier aus bis nach oben auch geht ich glaube das mache ich auch mal dann bauen wir zuerst diese brücke müsste eigentlich gehen gucken ob es so her geht ja würde gehen geht natürlich etwas recht steiner oben aber okay nicht so schlimm könnte man von hier aus noch machen okay das ist sehr gut wir möchten wir extra so weit ständig laufen das natürlich ein bisschen blöd aber okay jetzt nicht so krass schlimm aber wenn ich überlege ist auch immer noch immer noch eine weitere frage wie kommt man zum beispiel immer noch da hoch zum beispiel wo doch man müsste halt voll weit bei dahin gehen oder man holt dann extra holz von da drüben weil ich hab ja das boot da um eben baum stemme da zu lagern dann haben wir das ja erstmal fertig und dann sehen wir erstmal weiter hier bin ich halt erstmal auf jeden fall weiter als bei mein privaten spielstand bei meinem privaten spielstand bin ich gerade bei ich glaube tag 14 oder 15 so das haben wir schon mal wir haben ja sowieso auch noch baum stemme dann könnten wir das doch direkt könnten wir direkt hier hingehen und hier schon mal die ersten immer so wie weit unten ist das ich gehe mal darunter also ich glaube man könnte auch ein seil dahin packen da würde man sogar so noch zum beispiel hoch kommen wo waren das und war hier ich glaube das würde sogar funktionieren aber will ich das will ich das wenn ich es jetzt zu bauen würde komme ich zwar so hoch aber ich komme zum beispiel mit dem baum stemmlich hoch was natürlich halt ein bisschen blut wäre wow wisst ihr was dieser baum gibt eigentlich den perfekten platz baum plattform ja man dieser baum ist perfekt dafür ist man wenn also eigentlich wäre perfekt dafür aber irgendwie will er nicht was ist mit dem hier möchte ich mal weiter hier hoch gehen und nachschauen die bäume müssten scheinbar ein bisschen höher sein damit das ganze auch wirklich passt der hier zum beispiel würde passen okay dafür brauchen wir 14 baum stemme und ein seil und ist natürlich weit bis hin entfernt was mir hat er noch lieber wäre das ganze hier auch noch mal zu fällen damit man ein bisschen mehr platz hat ein bisschen mehr platz und mehr sehen kann und so hallo hallo jetzt geht's ich glaube die ist auf dem baum das haut irgendwie nicht richtig hin schade dann gucken wir mal ob es damit geht so 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 What the fuck? Alter. Heilige Scheiße. Was ist das für ein Bug? So. So. Geht doch, ich brauche noch den Arm. Junge, Junge. Na gut, wir packen es trotzdem mal hin. Das Gmöde vielleicht da hochkommt. Aber ja. 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 Da rennt die. Die sehen mich glaube ich jetzt. Jo. Die sehen mich auf jeden Fall. Obi-Pom was zu essen. Esst mir erstmal was davon. Muss mal kurz was nachschauen. Zerstören von Gebräuten erlauben ist aus. Sehr gut. Nichts wundern wenn ich mich auf einmal ein bisschen komischer anhöre. Denn ich trinke gerade mein zweites Bier. Und das Bier ist halt mit Tequila gemischt. Also das haut schon ein bisschen mehr rein. Also ich bekomme natürlich nicht so viele Knochen, weil jo. Das hier wäre eigentlich ein perfekter Platz um hier weiter zu bauen. Ja. Also ein perfekter Platz um weiter zu kommen. Plattform. Dass ich sage hey. Ich packe die Plattform genau hier hin. Ein bisschen höher. So ungefähr. Ja. Ja. So ist perfekt. Da kommt man vielleicht noch gerade so an den Baum oder so ran. Wie viel braucht der jetzt? Zeig mal. 27. Das ist ne Arbeit Leute das ist ne Arbeit. Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Was habe ich gesagt? Ich weiß nicht ob ich es gesagt habe. Aber auf jeden Fall habe ich vor. Ne gute Stunde vor zu produzieren. das ist wahrscheinlich 45 folgen oder so raushauen also einfach mal vor produzieren damit man die nächsten tage wieder ein bisschen mehr stadt staff gibt auch wenn es jetzt auch wenn es eher märkte v es ist aber ich bin natürlich auch vielleicht vor wieder weitermachen und das schöne ich halte bei den leiten vor dass es jetzt endlich wieder funktioniert ja es funktioniert wir denn es hat ein problem gehabt dass es nicht eben nicht starten lassen wollte es hat kurz gestartet dann ist es immer wieder abgestürzt was natürlich in dem fall jetzt nicht unbedingt so toll ist okay hier ist eine wir sind so gut packt mir erst mal hierhin schön es gab so eine bauerei mal hier mal da so bauen diesen baum kriegst du gar nicht weg der ist so verpackt dahin geplatziert wahrscheinlich wachsen die einfach ja und du läufst hier wie ein tischepaar drum also bist du ein idiot einfach mal gegen stein läuft das sieht man auch nicht alle tage obwohl bei dem vorbild schon oft okay boom 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 yeah okay und den fällen wir noch bevor die folge vorbei ist so leute dann packen wir die baumstimme gerade noch hier hin da war noch mehr eigentlich komisch aber ganz kurz leute ich dachte ich habe was gehört naja gut so dann ja leute sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn es heißt let's play the forest bis dann euer komischi 21 und vielleicht kommen in der nächsten folge wieder weitere gegner ja